Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in diesem Video Kritik geübt wird. Das Video dient lediglich zu Informationszwecken und hat keinerlei hetzerische Absichten. Wir gehören keiner Partei an und wollen keine politischen Organisationen unterstützen. Hast du schon gehört von diesem UNO-Migrationspakt oder bist du wie viele andere so ein Vollspaß, der sich einordnen lässt wie ein Schubladen, rechts, links oder andere Spatten? Dann kannst du mich mal, hast du gehört? Fick dich! Nicht alles, was du Mainstream hörst, ist auch richtig. Sie waschen deinen Kopf schon von klein auf. Tag ein, Tag aus, lern, dass du über den Horizont schaust. Du lebst den Alltag, willst du's nicht verstehen? Bist wie die drei Affen, nichts sagen, hören und sehen. Da das fühlt sich richtig an, nur arbeiten und konsumieren. Genau in ihrem Willen, du hast zu funktionieren. Ihr Spiel mitzuspielen ohne zu hinterfragen, doch wie heißt es schon im großen Buch? Du erkennst sie an ihren Taten, ich nenne keine Namen. Ich nenne keine Namen. Steh endlich auf, fang an, was zu tun. Es ist an der Zeit, lasst die Kraft nicht beruhen. Wehrt euch zusammen als Einheit vereint. Sprengt eure Ketten, wir sind die Mehrheit. Wir sind viel mehr als diese paar wenigen. Da oben also sollten wir uns entledigen. Von diesen Schmarotzen, die uns alles nehmen. Freiheit, Selbstbestimmung in unseren Leben. Ey, hast du verstanden, wie das ist dir funktioniert? Weißt du wer oder was dich regiert? Du wirst verführt, vorgeführt und verarscht. Komm schon, die Wahrheit zu hören ist hart. Man verkauft dir immer Schlechtes für das Beste. Betreibt auf deine Kosten ohne Pause Hetze. Dem Anschein nach wollen sie Europa zersetzen. Schließt euch zusammen, kämpft bis zum Letzten. Stoppt das Träumen oder bleibt schlafscharfe. Nutzt euren Verstand und jetzt zur Tatsache. Vollgestopft mit Gift, mit jedem Happen und Schluck. Fördert ihr den Untergang, geht Schritt für Schritt kaputt. Werdet dümmer, sodass der IQ gegen Null wandert. So, dass ihr gar kein Verstand mehr habt. Macht was, steht auf, wehrt euch, ist die Message. Vielleicht ist diese Möglichkeit auch die letzte. Steht endlich auf, fangt an, was zu tun. Es ist an der Zeit, lasst die Kraft nicht mehr ruhen. Wehrt euch zusammen, als Einheit vereint. Sprengt eure Ketten, wir sind die Mehrheit. Wir sind viel mehr als diese paar wenigen. Da oben, also sollten wir uns entledigen. Von diesen Schmarotzen, die uns alles nehmen. Freiheit, Selbstbestimmung in unserem Leben. Merkt ihr es nicht, wenn ihr nichts tut? Helft ihr bei eurem Untergang? Bitch, move. Lasst euch nicht für dumm verkaufen. Fangt an auf zu stehen und dagegen anzulaufen. Wie im Marathon, wie die Armee der 300. Zusammenhalt ist eure Waffe der Wunder. Bleibt stark und zusammen vereint. Vergesst niemals, ihr seid die Mehrheit. Steht endlich auf, fangt an, was zu tun. Es ist an der Zeit, lasst die Kraft nicht mehr ruhen. Wehrt euch zusammen, als Einheit vereint. Sprengt eure Ketten, wir sind die Mehrheit. Wir sind viel mehr als diese paar wenigen. Da oben, also sollten wir uns entledigen. Von diesen Schmarotzen, die uns alles nehmen. Freiheit, Selbstbestimmung in unserem Leben. Geht track.